Manchmal ist es verwunderlich, an welche Grenzen man im Prinzip stößt. Wir haben einen Facharbeitermangel in Deutschland und viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind sehr daran interessiert, dass sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten, um da nicht langfristig oder mittelfristig ein Problem zu bekommen. Umso staunlicher ist es, dass ein Unternehmen, mit dem letztendlich schon über viele, viele Monate, vielleicht neun, zehn, elf Monate gesprochen wird, über die betriebliche Eingliederung eines Unfallopfers einfach sich nicht bewegt. Und die Vertreterin des Rentenversicherungsträgers, die heute mit am Tisch saß in einer großen norddeutschen Stadt, kommt an ihre Grenzen, ich komme an meine Grenzen und das Unfallopfer ist mega gefrustet. Und so haben wir heute uns die Frage gestellt, ob es nicht der Zeitpunkt ist, mal einen Plan B zu machen. Wir haben dann über eine sogenannte innerbetriebliche Berufsfindung und Arbeitsabprobung gesprochen. Die will der Betrieb auch initiieren, aber man möchte sich erst mal Zeit lassen, man möchte planen und noch mal schauen. Und ja, also Hinhalte, Taktik, da haben so viele Gespräche, Telefonate, E-Mails und so weiter stattgefunden, wurden geschrieben und so weiter. Und dass heute die Vertreterin des Rentenversicherungsträgers und das Unfallopfer und ich gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal langsam Plan B erstellen und einfach mal nach Alternativen gucken. Gut ist, dass es sich dort um eine größere Stadt handelt. Das heißt, da sind die Möglichkeiten einer Neufindung für den Betroffenen, was den Beruf betrifft, sehr gut. Und ja, jetzt wird es ein entsprechendes Assessment geben durch den Rentenversicherungsträger. Und ich werde meinen Teil auch noch dabei tragen, damit es dann halt in die richtige Richtung geht. Und ja, erste Ideen konnten heute gemeinsam gefunden werden. Das war's von mir. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt vor allem gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.